Wir reisen von hier weg mal kurz zum Bittersee. An das nördliche Ufer. Und dann gehen wir mal da hinten hin, zu diesem Haus, wo man da hinten sieht. Da steht jetzt so eine Figur rum, und mit dieser reden wir mal. Mal schauen, was die zu sagen haben. I knew you could do it! Ha, 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 ha! The young may yet be taught. Ha, 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 ha! With this pill, I'll gain the strength to unseal that precious place. The painted realm. A peaceful haven I built with my fellow deity. Now the monkey is in place. We should gather once more! Ha, 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 ha! Ich weiss nicht genau, wieso der Typ bisher rumgestanden ist. Zu welchem Quest der gehört? Gehört ja zu diesem Schuppen-Quest und diese Perlen, die wir erhalten haben. Keine Ahnung. Aber der steht auf einmal da. Ruhig schritt, Trolle. So, wir sind hier an einem geheimen kleinen Ort angelangt. Wie heißt der denn? Sternzeichen-Dorf. Dorfeingang. Und da ist jetzt auch der Pillenhersteller. Was ist das? Ich bin leid. Herr, Herr Lau. Ich bin leid. Du wirst... Du wirst... Hohohohoho. Oh, vielen Dank für uns hierherr, brave one. Oh. Oh. Oh, this is a perfect place for my art. Oh, I have long yearned to come back. Henceforth brave one. Come timely to fetch medicines. This is a token of my gratitude. Oh. Gute Langlebigkeit und starkes Medikament hat er uns geschenkt. Und der eine ist auch hier, wir müssen nicht mehr immer an zwei Orten auftauchen. Das ist der Affe vom Bambushain. Und er verkauft uns einen Weinwurm. Und eine Duftrewe, das ist schön. Und wir können die Gourden aufwerten. Und die Tränke. Hey, coole Sache hier. Was gibt es hier denn noch? Das ist ein ganzes Dorf hier. Oh. Roto-Amorwurm abliefern, ja das machen wir mal. Ah, ein Armourwurm? Ah, oh, I've only laid eyes on such a thing but once in the court. How come you bear it? If you leave it with me, I would be most eager to delve into its study. Gute Langlebigkeit und seine Salmon ab. Okay, okay. Und den Schmied, die haben wir auch hier Aber wir können jetzt Richtung aufwarten Wow Uns fehlt ein Kristall des Samadhi-Fuers I was far from I was looking for someone to test it Mark me This blade is cast from the best metal Don't blame me if you hurt yourself Oh, das ist ein Tränen! Entschuldigung! Spreng die Schrauben! Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 We will... Dann benutzen. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann zum Dorf... Und jetzt... Das war's für heute. Und das war's für heute. Das war's für heute. I will... und... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Tja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.